Die Mithyleter ist der einfachste ever. Er enthält zwei Mittelgruppen als organische Reste. Die Mithyleter ist polar und findet in flüssiger Form als Lösemittelverwendung. Eigenschaften Die Mithyleter ist ein farbloses, leicht narkotisierend wirkendes, ungiftiges, hochentzündliches Gas. Die Verbindung siedet bei minus 24 Grad Celsius. Die Verdampfungswärme beträgt am Siedepunkt. Unter Druck sind bis zu 34 Prozent in Wasser löslich. Die Dampfdruckfunktion ergibt sich nach Antoin entsprechend. Log 10 ist gleich A minus mit A ist gleich 4,11475, B ist gleich 894,669 und C ist gleich minus 30,604 im Temperaturbereich von 194,93 bis 248,24 K. Er kann zum Beispiel durch Säuren katalysierte Kondensation aus zwei Molekülen Methanol gewonnen werden. Die Mithyleter entsteht als Nebenprodukt der Methanol-Synthese und wird üblicherweise direkt aus Synthesegas hergestellt. Als Quelle für das Synthesegas sind insbesondere Kohle, ERD und Biogas sowie Syngas aus der Biomassevergasung von hohem Interesse. Bei der Synthese handelt es sich um einen zweistufigen Prozess, bei dem mit Hilfe von entsprechenden Katalysatoren bei Temperaturen von 270 Grad Celsius und einem Druck von 5 bis 10 Megapascal zuerst Methanol hergestellt wird. Das in einem zweiten Schritt in Anwesenheit eines Säurekatalysators innerhalb desselben Prozesses dehydrogenisiert wird. Abgeschiedener Dimethyleter enthält noch geringe Mengen Methanol und Wasser. Verwendung Hochreiner Dimethyleter findet breite Anwendung als Treibgas Z, B in Haarspray und Lackspray. Technischer Dimethyleter ist eine Alternative zu Flüssiggas mit ausgezeichneten Brenneigenschaften. Ein Azeotropes-Gemisch von Dimethyleter und Ammoniak ergibt das Kältemittel R723. Ein großer Anteil des produzierten Dimethyleters wird mit Schwefeltrioxid zu Dimethylsulfat umgesetzt, das als Basis für eine Reihe von chemischen Prozessen und Produkten benötigt wird. Bis in die 1980er Jahre war dies die Hauptverwendung von Dimethyleter. 1998 wurden von den in Mitteleuropa produzierten 50.000 T etwa 15.000 T zu Dimethylsulfat umgesetzt. Dimethyleter ist zudem ein Zwischenprodukt zur Herstellung von Alkenen wie Ethen und Propen aus Methanol oder Erdgas in der sogenannten Methanol-To-Olefins-Technologie, die als Alternative zu den derzeit verwendeten Verfahren aus Erdöl entwickelt wurde. Aufgrund einer Cetanzahl von 55 bis 60 lässt sich Dimethyleter im Dieselmotor als Ersatz für Dieselkraftstoff verwenden. Dabei sind nur leichte Modifikationen am Motor erforderlich, die hauptsächlich die Einspritzpumpe betreffen, sowie der Einbau eines Drucktanks. Ähnlich wie bei Autogas. Dimethyleter verbrennt im Dieselmotor sehr sauber ohne Rußbildung. Der Heizwert liegt bei, gemäß der Biokraftstoffrichtlinie 200330E gilt Dimethyleter als Biokraftstoff, sofern er aus Biomasse hergestellt wird und für die Verwendung als Biokraftstoff bestimmt ist und soll langfristig Flüssiggas ablösen. Als Rohstoffbasis zur Herstellung des Synthesegases soll Schwarzlauge aus der Papier- und Zellstoffindustrie dienen. Eine erste Fabrik für die Herstellung von biologisch hergestelltem Dimethyleter wurde 2012 in Pitti in Schweden errichtet. Unglück! Bei der Explosion eines mit Dimethyleter gefüllten Kesselwagens auf dem Gelände der BASF in Ludwigshafen am Rhein starben am 28. Juli 1948 207 Menschen. Es gab 3818 Verletzte und 3122 Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Untertitelung des Synthesegases